Was ist das Ergebnis? Ich denke unterm Strich, die waren sehr gewillt, die haben es auch sicherlich absolut verdient. Ich denke sicherlich noch einiges. Wir haben aus meiner Sicht vielleicht aus der Vielzahl von Ballbesitz, bei der einen oder anderen Situation hätten wir vielleicht klarer noch die Situation raus spielen können. Dann ging man zum Schluss 1-2 rein und man weiß ja dann, geht das oft nach hinten los, dann macht man sich den Stress nochmal selber. Aber ich denke für den Start ist es erstmal wichtig, dass wir wiederum. Ja, also ich habe auch gesagt, ich überrasche das nicht, weil ich komme aus der Region, ich weiß, dass die Leute heiß sind, auch wenn es jetzt kein Spiel war, was von dem Sitzen gerissen hat. Aber ich denke, die Resonanz war sehr positiv. Die Leute sehen, es tut sich etwas. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn wir auch in unseren wichtigen Fluss reinkommen, dass wir dann auch den Zuschauerschnitt vielleicht noch ein Stück weit nach oben bringen.